Ernährungssicherheit für alle Menschen auf der Welt. Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Bei stetig wachsender Weltbevölkerung, im Angesicht des Klimawandels, bei limitierten Ressourcen und zunehmender Wasserknappheit verlangt globale Ernährungssicherheit nach interdisziplinären Lösungen. Das Kompetenzfeld Food Security der Universität zu Köln entwickelt hierfür Netzwerke, Strukturen und es ermöglicht den notwendigen Wissenstransfer. Den Kernforschungsbereich bildet CPLAS, das Exzellenzcluster der Pflanzenwissenschaften, das aus den Partnern der beiden Universitäten Köln und Düsseldorf sowie dem Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung und dem Forschungszentrum Jülich besteht. Ziel des Gemeinschaftsprojektes ist es, Eigenschaften von Nutzpflanzen zu erforschen, um global Ernteerträge sowie deren Nährwert ressourceneffizient zu steigern. Ernährungssicherung erreichen. Hierbei spielen neben den eigentlichen landwirtschaftlichen Erträgen viele Faktoren eine entscheidende Rolle. Ethische, soziale, politische, ökonomische und juristische Aspekte beeinflussen die Verfügbarkeit und den Zugang zu Nahrung stark. Hier einen Beitrag zu leisten, dafür fördert das Kompetenzfeld die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Lebens- und Naturwissenschaften, den Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie der Rechtswissenschaft. Die intensive Vernetzung mit regionalen und internationalen Partnern fördert die Forschung und schafft Möglichkeiten für den gelebten Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Wissenschaftler profitieren von dem Wissensaustausch mit industriellen Partnern, Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Regionen der Erde. Interdisziplinäre Workshops, Summer Schools, internationale Symposien und öffentliche Vorlesungsreihen schaffen Bewusstsein für die vielfältigen Herausforderungen und fördern das Interesse von Nachwuchswissenschaftlern und Studierenden. Ernährungssicherheit in der Zukunft mitzugestalten, interdisziplinäre Lösungen für die globale Ernährungsfrage zu finden und diese große Herausforderung in den gesellschaftspolitischen Fokus zu rücken. Dies sind die Zielsetzungen des neuen Kompetenzfeldes Food Security an der Universität zu Köln.